Servus, ich bin der Zirgi. Hi Tricky Banks, was geht? Und wir melden uns, weil, wie ihr wisst, wir haben vor ein bisschen länger, wie vor zwei Jahren, unsere erste Musik gemacht und wir hatten damals echt noch keine Ahnung über Qualität, über Produzieren, über Musikvideos sehen, über alles einfach. Wir hatten überhaupt keine Ahnung und jetzt können wir glücklicherweise mitteilen, dass wir am Freitag unser erstes Musikvideo bringen. Also das ist ein richtiges Musikvideo und die Woche drauf bringen wir einfach nur Musik und die andere Woche drauf am Freitag auch. Und ich kann dazu sagen, also es macht uns Spaß. Wir sind nicht von der Musik abhängig, aber uns macht es halt gierig Spaß. Und kauft es euch, schaut es euch an, kommentiert, liked, macht was ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und dann, ja, dann sehen wir weiter. Und ich gebe mein Wort am Tricky Banks ab. Ja, nach dem geile Feedback auf dem Freitag Flow haben wir weiter gemacht, haben uns überlegt, wir müssen das ganze professioneller Weg machen, haben wir uns da noch einen Produzenten mit ins Boot called. Richtig geiler Typ. Haben das Video gerade angeschaut. Richtig geil. Wenn ihr Musik liebt, wenn ihr Hip-Hop liebt, wenn ihr coole Typen seid, schaut es euch an. Freitag bringen wir das raus. Und ich muss kurz unterbrechen, wenn ihr es nur anschaut, es kostet euch ja nichts. Ihr könnt es ja anschauen und könnt uns trotzdem folgen, es kostet euch ja nichts. Weil, was habt ihr zu verlieren? Und vielleicht holen wir den richtig großen Rap nach Bamberg, weil das ist unser Ziel, Prominente und Rap nach Bamberg zu holen. Und dann ist es nicht nur in Berlin oder wo die ganzen großen Künstler sitzen. Und ja, ich gebe wieder mein Wort am Tricky Banks ab. Okay, mach ich weiter. Genau. Wenn ihr es liebt, schaut es euch an. Wenn es euch gefällt, gebt euch ein Feedback, macht den Daumen hoch, macht einen Kommentar. Und wir freuen uns auf euch. Und was ganz wichtig ist, teilen, teilen, teilen. Genau. Und wenn es euch gefällt, teilen, zeigt eure Freunde. Und wir sehen uns am Freitag. Bis Freitag. Ich lade zwischen 16 und 17 Uhr hoch. Das kann man nicht so genau sagen, weil das Hochladen dauert echt ein bisschen. Das habe ich bei meinen kurzen, schlechten, also in schlechter Qualität bei den Videos. 2015 war das, habe ich es gemerkt. Also das Hochladen dauert ein bisschen, also zwischen 16 und 17 Uhr an diesem Freitag. Und ja, dann sehen wir weiter, hätte ich gesagt. Ciao. Ciao.